Ja, grüße dich! Es ist Samstag und da gibt es natürlich immer den Weekend Flow. Ja, am Mittwoch hast du leider keine Minute Beweglichkeitsflow bekommen, sondern du hast ein anderes Video, was ich für meine Community gedreht habe, exklusiv in der Europäischen Woche. Das habe ich dir am Mittwoch präsentiert, weil ich leider ein bisschen krank war. Nein, kein Corona. Mich hat einfach nur die Magen-Darm-Geschichte heimgesucht und somit konnte ich leider kein Video drehen, weil du musst wissen, die meisten Videos, die ich dir präsentiere, drehe ich wirklich auch an dem Tag, wo ich sie auch hochlade. Ja, exakt. Also mittwochs drehe ich meistens auch immer erst den einen mit dem Beweglichkeitsflow und deswegen konnte ich dir am Mittwoch, weil ich einfach nicht von der Toilette runtergekommen bin, kein neues Video präsentieren. Also verzeih mir das, aber ich glaube, dass das auch sehr viel Content war, was ich dir am Mittwoch geboten habe, weil ihr habt es auf jeden Fall gut angenommen, habe ich gesehen, weil die Klickzeilen sind sehr, sehr gut und das sagt mir auf jeden Fall auch, die Daumen nach oben sind auch ganz viele darunter und das freut mich, weil so soll es ja auch sein, dass ich will euch immer Mehrwert bieten und auch heute will ich Mehrwert bieten und heute geht es um den Fuß und am Mittwoch wurde ich mich genau unter einem Video dann auch gefragt, Tobias, kannst du meine Übung für den Halux valgus zeigen? Kannst du da mal was machen? Und da habe ich mir gedacht, okay, kann ich. Habe überlegt, ey, haust du die Übung jetzt raus oder lässt sie sie quasi nur in deinem Programm versteckt ungeheim? Weil ich habe ja ein Fußprogramm, wo du halt auch den Valgusnerv, also nicht den Valgusnerv, den Halux valgus wollte ich sagen, Valgusnerv ist was anderes, den Halux valgus auch super mit in den Griff bekommst. Jetzt muss ich dazu sagen, also je nachdem, wie stark das schon ausgeprägt ist, ja, also beim Halux valgus geht ja so der Zeh nach innen und der Knochen hier, der kommt dann so raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark das bei dir fortgeschritten ist, aber es geht nicht darum, das ästhetisch zu beheben, sondern es geht darum, dass du keine Schmerzen mehr hast. Und mit dieser Übung habe ich sehr sensationelle Erfahrungen gemacht bei meinen Kunden. Deswegen habe ich sie auch in mein Programm Remove for Feed mit reingehauen. Und die werde ich dir jetzt präsentieren. Muss dazu aber sagen, es kann sein, wenn du die Übung machst, dass du während der Übung Schmerzen in deinem Zehengelenk hast und auch danach. Warum? Weil wir das natürlich ein bisschen bewegen und reizen. Und da musst du leider durch. Es kann sein, dass du die ersten paar Wochen ein bisschen Schmerzen am Zehengelenk haben wirst. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass das weggeht. Das ist bei allen meinen Kunden so gewesen, die da Probleme hatten, denen ich diese Übung gezeigt habe. Und dann ganz wichtig, du musst die Übung täglich machen. Übrigens, die Übungen, die ich dir jetzt zeigen werde, die sind, ist auch sehr, sehr gut, wenn du einfach nur den ganzen Tag Schuhe an hast und gar kein Halux-Valgus-Problem hast. Dann empfehle ich dir auch, die Übung zu machen, weil solche Schuhe werden auch die Zehen zusammengedrückt. Das ist übrigens mit einem Hauptgrund, warum man diesen Halux-Valgus auch bekommt. Und gerade die Damen, wenn ihr die engen Schuhchen tragt und auch noch mit Absätzen, das ist natürlich, dann ist der Druck noch vorne auf den Zehen und die werden zusammengequetscht. Deswegen tut das Zehengelenk dann auch extrem weh, wenn wir es jetzt mal so richtig durchbewegen. So, jetzt habe ich genug erklärt. Jetzt werde ich die Übung zeigen. Damit du es besser siehst, ich werde dir neben mir, entweder da oder da neben mir, muss man mal gucken, wo dann der meiste Platz ist, werde ich dir das auch vergrößert zeigen. Von der Erklärung her, barfuß natürlich machen, auch Strümpfe ausziehen. Jetzt machst du den großen Zeh, spreizst du jetzt von den anderen Zehen nach innen weg. Ja, ganz wichtig. Und jetzt mit dem Fersenbein wippst du jetzt nach innen rein und wieder zurück. Ja, also das Fersenbein hier, also das hier, kannst du hier auch verkippen. Dann kann man so ein bisschen sehen, aber das siehst du ja auch in groß neben mir. Und das machst du, also reinziehen und jetzt merkst du schon hier so einen Zug drauf. Ja, und auch unter dem Zeh, Großzehengelenk, merkst du jetzt auch. Ja, und jetzt richtig reinkippen. Und dann wird der Zug noch größer. Richtig reinkippen, zwei, drei Mal. Dann kannst du gerne auch mal kurz den Zeh wieder loslassen und dann wieder schön nach innen rein, den Zeh. Weil wenn du die Ferse nach innen reinkippst, dann geht der Druck vom Zeh in der Regel weg erstmal, wenn du den nicht richtig reindrückst. Und dann geht er wieder nach innen rein. Ja, und deswegen den großen Zeh quasi weg von den kleinen Zehen, also nach da. Und dann hier Fersenbein nach innen kippen. Wieder zurück, großen Zeh wieder neu positionieren. Nach innen so zwei, drei Mal rein und wieder zurück. Dann kannst du auch den großen Zeh mal kurz loslassen und spreiz ihn dann wieder schön von den anderen Zehen ab. Und dann hier zack, 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 zack. Und das Ganze so zehn Mal machen. Ja, ich empfehle dir das unbedingt auch mit Beinfüßen zu machen. Und da wird es auch schon immer eine Seite etwas besser als die andere, ja. Und wie gesagt, nicht frustriert sein und nicht, ja, denken, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht, wenn mein Großzehngelenk wehtut. Das ist leider dann so, weil du es einfach sehr lange vernachlässigt hast. Und da extrem Druck drauf ist, wenn du mit den Halux-Valgus Probleme hast. Das geht nicht anders, ja. Und das ist halt leider so, wenn du das dann was machst, ist es schmerzhaft. Aber ganz ehrlich, wenn du operiert wirst, ist es auch sehr schmerzhaft. Also, jetzt habe ich noch eine Übung. Folgendermaßen den großen Zeh wieder schön weg von den kleinen Zehen. Und jetzt gehen die kleinen Zehen runter und hoch. Und hoch. Ja, und der große Zeh bleibt nach innen rein. Ja, also wieder weg von den kleinen Zehen. Und die kleinen Zehen, ich sage das mal so, gehen runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Das wird am Anfang wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, ja. Das ist ein Zeichen, dass da alles verklebt bei deinen Füßen ist. Tut mir leid, aber du hast dich umsonst in Halux-Valgus. Klar, das ist auch genetisch bedingt bei vielen Menschen. Aber die Schuhe tun Übriges dazu, ja. Und deswegen hier zack, zack. Und dann nochmal den großen Zeh nach innen rein drehen. Okay. Und dann nochmal alles ausschütteln. Und dann lauf mal umher. Du wirst ganz anders gehen. Das fühlt sich, ja, viel, viel besser an. Viel, ja, geschmeidiger wirst du gehen. Das fühlt sich einfach genial an. Und mein Appell an dich, du musst was für deine Füße tagtäglich tun, weil sonst auch der Rest des Körpers in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn du jetzt sagst, ey Tobias, ich will was dafür machen. Ich habe auch keine Lust mehr, Übungen ständig zusammen zu klicken. Und auch noch Übungen haben, die ich so noch nicht so kenne. Dann hol dir mein Remove Your Feet Programm. Und ich mache es dir jetzt von der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ich habe ein Paket geschnürt, wo du mein Fußprogramm mit meinem Rückenprogramm zusammen bekommst und auch richtig viel Geld sparst. Und diesen Link packe ich dir hier unter diesem Video in diese Beschreibung rein. Und dann kannst du dir beides für wirklich einen sehr, sehr fairen Preis holen. Und du hast es für immer auf Lebenszeit, diese beiden Programme. Und dann kannst du deinen Rücken schön trainieren mit meinen magischen Faszienübungen. Lass sie super wirken, das siehst du hier auf YouTube. Und vor allem die Fußübungen tagtäglich machen. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Morgen sehen wir uns dann auch schon wieder. Dann gibt es ein neues Video von der Trainingsmedizin. Also bis dahin. Ciao, dein Tobias.